Hallo Freunde, ich grüße euch. Die Stadtmeisterschaft bei uns ging in die dritte Runde und ich habe mit Weiß gegen Christian Klussmann gespielt, DBZ 1700. Ich habe gegen Christian schon öfter gespielt, ich weiß, das ist so ein taktischer Fummler, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich hatte die weißen Steine und habe mich dann irgendwie auf der Fahrt zum Spiellokal dafür entschieden, dass ich mit 1. C4 anfangen möchte. Um die Stellung so ein bisschen ruhiger, geschlossener, positioneller zu halten. Naja, aber Christian ist so ein Fummler, der hat sowieso wenig mit Theorie am Hut. Deswegen werden wir hier keine großen Theoriegeschichten erwarten können, dachte ich zumindest. Aber wir gucken mal, kam E5, ich spiele mit G3, kam G6, das war schon etwas überraschend. Und nachdem, ja, C3. Normaler englischer Aufbau hier für Weiß, die Kontrolle über das Feld D5. Und Schwarz hat hier so viele Möglichkeiten, ja, ist alles schon gespielt worden, ist auch alles völlig in Ordnung. Und meistens so mit englischen Strukturen halt. Christian hier hat aber Springer F6 gespielt. Und jetzt haben wir mehr so diese königsindischen Strukturen, dass dieser Springer auf F6 steht, äh, vor dem Bauern halt. Geht auch, sind nur etwas andere Strukturen. Und dann dachte ich mir, ja, Moment, gegen diesen königsindischen Aufbau kann ich doch hier mit diesem Botvinnik-Dreieck-Aufbau ganz gut dagegen halten. Das habe ich auch schon öfter mal probiert. Die Idee ist einfach, ähm, den Springer nach E2 zu spielen, ne, und dann D2, D3 zu spielen. Die kurze Rochade zu spielen. Dann habe ich im Grunde alles, na, auf den weißen Feldern hier, auf dieses Feld D5. Und ich habe vielleicht mal den Hebel mit F2, F4 oder den Hebel mit B2, B4, um am Darmflügel zu spielen. Aber dann habe ich so alles sehr natürlich aufgebaut. Und dann entwickelt sich die Partie eben ganz normal, je nachdem, was Schwarz spielt. Schwarz spielte D6. Alles okay. Auch hier Läufer E6 greift meinen, äh, C4 an. So, und jetzt, ah, das ist so ein gefährliches Halbwissen, was ich ja immer habe. Jetzt wäre so ein Zug wie D2, D3 der normalste Zug der Welt gewesen. Ja, den Bauern decken, den Läufer frei machen. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe mich aber vor einem halben Jahr etwa mit diesen Botvinnik-Strukturen mal beschäftigt. Ich musste aber mit Erschrecken feststellen, dass ich natürlich wieder alles vergessen habe. Ich wusste nur noch, dass der Simon Williams gerne mal den Springer auch nach D5 rein stellt, um den C4 zu blocken, äh, zu decken. Ja, und den Springer da rein stellen, sodass der Springer hier zum Beispiel nie geschlagen werden kann. Ja, wegen dieser Gabel. So, ähm, natürlich muss Schwarz hier nicht schlagen. Ja, aber den Läufer will er natürlich auch nicht abgeben. Dann habe ich ja hier einfach nur den Läufer und habe hier vielleicht mal mit irgendwelchen Hebeln vielleicht mal... Das macht auch keinen großen Sinn. Also, dachte mir, kann ich ja auch den rein spielen. Aber ich glaube, D2, D3 wäre, also im Nachhinein zumindest aus meiner Sicht, wäre für mich besser gewesen. Ähm, Schwarz rauchiert. Okay. So, und jetzt muss ich... Jetzt hätte ich natürlich hier auch wieder D2, D3 spielen können, ne? Ähm, ich habe aber auch überlegt, ich könnte hier den Hebel mit F4 ansetzen und sofort versuchen, die F-Linie zu öffnen. Und den Druck auf F6 oder F7 zu erhöhen. Ähm... Jetzt muss ich überlegen, wenn ich jetzt erst D3 spielen... Ich habe am Ende des Tages F4 gespielt, ne? Wenn ich hier zuerst D3 spielen würde, was die Konstellation mit F4 dann hier, dann ist alles gedeckt. Aber ich wollte das nicht, weil dann zum Beispiel der Springer wegzöge, um auf F4 mit F5 zu antworten. Und jetzt haben wir hier eine der für mich persönlich kompliziertesten Bauernstrukturen, die ich im Schach kenne. Dieses Bauernquadrat hier im Zentrum. Und jeder kann jederzeit in jede Richtung schlagen. Und wie schlägt man zurück? Und... Das sind alles so zwei Liegen zu hoch für mich. Ja, da komme ich nicht mit. Die verstehe ich nicht. Oft probiert, nie verstanden. Und deswegen dachte ich mir, okay... Um das zu vermeiden, spiele ich F4. Weil die Idee ist, F4, F5 zu spielen. Mit Raumvorteil und vielleicht Königsangriff. Ja, mit Tempo auf diesen Läufer und einen gewissen Königsangriff zu starten. Und wenn ich meinen Bauern auf F5 habe, ja, dann kann dieser F7-Bauer halt nie wieder nach F5 zum Beispiel. Aber das war nicht gut. Denn Schwarz hat hier auf F4 geschlagen und öffnete sich damit so ein bisschen diese Diagonale. Noch besser wäre Läufer G4 gewesen. Ja, ist komisch, ja, dass man diesen Läufer zum zweiten Mal zieht. Und ist ja so ein bisschen gegen diese goldenen Öffnungsregeln. Aber im Grunde ist die Öffnung ja auch schon so halb abgeschlossen. Und man muss natürlich auch immer gucken, was konkret auf dem Brett ist. Jetzt durch diesen Zug F4. Diese Fesselung hier nicht mehr aufhebbar. Es droht Springer D4 zum Beispiel. Das sieht alles schon nicht gewollt aus für weiß. Und ja, das wäre tatsächlich auch schon eine sehr, sehr gute Stellung für Schwarz gewesen. Mit leichtem Vorteil. Nur als Beispiel mal, wenn ich diese Fesselung aufheben wollen würde, kann dieser Springer eben auch immer nach H3 gehen. Und die Schwäche, weil ich ja jetzt hier dieses H3 gespielt habe, diese Schwäche G3 in Auge nehmen. Und wenn ich den Decke, kommt der nächste Springer da rein. So, und jetzt war mein... Ich kann natürlich damit D1 spielen, um das zu verhindern. Mein Gedanke war in der Partie immer die Dame nach F2 zu spielen. Und dann, wir sehen immer noch steht dieser blöde Bauer hier auf D2. Ich habe die Puppen nicht draußen. Das ist alles so ein bisschen Zeit. Und ob ich die Zeit jetzt noch kriege, wo Schwarz schon entwickelt ist. Ihr seht, da ist schon irgendwas schief gelaufen. Und hier konkret jetzt eben. Ganz besonders, denn Schwarz vertreibt meinen Springer von D5. Der geht irgendwo hin. Und jetzt nimmt er auf R4. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nach dem Rücken nehmen einfach einen Bauern verliere. Denn, ja, es ist ja nur mit der Dame hier gedeckt. Aber dann kommt dieser Spieß. Hm. Ihr seht, ja, diese Fesselung hier ist nicht so einfach. Und die mit H2, H3 aufzuheben, hat auch Schwierigkeiten mit dem G3. Und das sollten wir uns mal für die Zukunft gleich noch merken. Dass so Zügel wie H2, H3, dass dieser G3 in irgendeiner Form schwach werden kann. Durch dieses Springer-Manöver. Und das wäre besser gewesen für Schwarz. G mal F. Okay. Und jetzt ist zwar diese Läuferdiagonale offen. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt wirklich mit dem G-Bauern schlüge, dann käme wirklich Läufer G4. Und hier habe ich so den Braten so ein bisschen gerochen. Ich denke, oh. Und deswegen habe ich hier mit dem Springer zurückgeschlagen. Wollte hier einfach im Zweifelsfalle D5 stärken. Im Zweifelsfalle vielleicht auch mal den Läufer E6 schlagen. Läuferpaar gewinnen. Aber ich gebe natürlich so ein bisschen die Kontrolle über das Feld D4 auf. Ja. Und wenn Schwarz da einmal mit dem Springer reinkommt und den stabilisiert kriegt, mit seinem Läufer vielleicht mal mit C5, ist es für mich auch schwierig da irgendwie Fortschritte zu machen. Und so ein Läufer schlägt E6 als Beispiel. Öffnet hier auch immer die F-Linie. Und ich verliere Kontrolle über das Zentrum, weil der Bauer hier zurückschlägt. Alles nicht so richtig optimal. Und Computer sagt hier, die Stellung ist völlig in Ordnung für Schwarz. Weil ich einfach, also ich hätte dieses D3 spielen müssen. Ich komme mit den Entwicklungen irgendwie nicht so richtig hinterher. Aber jetzt hat Christian erst den Läufer zurückgezogen, den Läufer gerettet. Das sah für mich in der Partie ein bisschen langsam aus, weil ich jetzt zu D2, D3 kam. Aber Computer sagt, Läufer D7 war tatsächlich auch der beste Zug. Von daher, irgendwie muss ich an meinem Schacht nochmal arbeiten. Irgendwie verstehe ich das nicht. So, und hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie Schwarz mal mindestens bequem stehen kann. Er kann zum Beispiel mit Springer D5 und den Springer nach D4 reinpflanzen. Ich hatte so ein bisschen gedacht, dass ich über die C-Linie so einen gewissen Druck kriege. Und auf den D4, vielleicht mal mit Turm C4, wie auch immer geartet, ein bisschen Druck mache auf den D4. Aber der Computer sagt, nö, du hast gar nichts. Einfach 0,0, im Gegenteil, minus 0,1 oder so. Natürlich nichts. Aber eine ganz normale Schachpartie, die sich hier entwickelt hätte. Christian hatte jetzt hier aber die Idee, mit dem Springer hier mal hinzukommen. Und diesen Läufer nach D4 freizumachen. Jetzt droht Läufer D4 Schach. Und dann Springer F2 und dann schon Gabel. Dann müsste ich eine Qualität verlieren. Oh, oh, Schwarz übernimmt die Initiative. Das war so der gefühlte erste Impuls während der Partie. Und Christian ist natürlich auch so ein Aktivspieler. Und deswegen dachte er sich auch, ja, komm, das sieht gut aus. Machen wir das. So, jetzt muss ich natürlich irgendwie Läufer D4 verhindern. Da Läufer E3 immer noch nicht geht und H3 hier eben auch zu langsam ist. Deswegen Läufer D4 und Springer F2. Ja, musste ich meinen Springer zurückziehen. Dieses Feld einmal kontrollieren. Schwarz nutzt jetzt Zeit, geht mit seinem Springer hier rein. Okay. Ich dachte mir, jetzt kann ich mit H3 diesen Springer vertreiben. Denn wenn Schwarz hier auf E2 schlägt, was auch in der Partie kam. Die Dame. Und jetzt habe ich Dame und Springer, aber beide Kontrolle über dieses Feld F2. Das heißt, dieses Schach. Dann gehe ich eben zur Seite und dann ist Springer F2 hier keine wirkliche Drohung mehr in dem Sinne. Und ja, das dachte ich mir aber auch, ja, aber das muss der Springer ja irgendwo hinziehen, Freunde. Nur als Beispiel, geht er nach E5, habe ich ja vielleicht hier D4 und wird der Springer so ein bisschen durch die Gegend getrieben. Unglücklicherweise kann er nach C6 und dann hängt mein D4-Bauer. Also, uh, da wäre vielleicht wieder peinlich gewesen. Deswegen hätte ich hier wahrscheinlich wieder erst Läufer E3 spielen müssen. Mit der Idee vielleicht D4 und den dann zu decken. Dann hätte ich mir so einen kleinen, gitzel kleinen Raumvorteil irgendwie. Naja, er hofft irgendwie oder er träumt, wie auch immer. Andererseits der Springer E5. Ja, wenn ich den nicht vertrieben kriege. Wenn Schwarz zum Beispiel, nur als Beispiel, irgendwann mal C5 selber spielt. Wie stark so ein Springer auf E5 sein kann, kennen wir ja von einigen meiner Videos, hoffentlich zumindest. Von daher ist die Stellung einfach ungefähr ausgeglichen. Und nach F6 sollte er vielleicht nicht gehen, wegen dieser Fesselung hier. Und jetzt bin ich hier dreimal drauf und das sieht so aus, als wenn Schwarz hier eine Figur verlieren würde. Aber und, ähm, hier tut das eben auch, weil mein König noch auf G1 steht. In der Partie folgte jetzt tatsächlich dieses Schach. Ach, das war zu verführerisch, ja, einfach dieses Schach zu geben und jetzt mal zu gucken, ob hier irgendwie was geht. Und in der Partie dachte ich mir jetzt, oh, Moment, jetzt habe ich hier, aber jetzt steht der Läufer nicht gut. Der Springer steht in Gefahr. Mach mal den mal blau. Denn, wo geht der Springer hin? Geht der nach E5 als Beispiel. Ja, ist dieser Läufer hier eben, eben von diesen schwarzen Feldern abgeschnitten. Ja, und ich könnte hier mit Läufer H6 eine Qualität geben, auf F8. Weil der den Turm auch nicht wegziehen kann, wegen Springer F6. Ja, und die Qualität geht so oder so verloren. Ähm, selbst hier sagt die, sagt die Engine noch, ja, ist nicht schön, aber geht so gerade noch. Denn dieser Springer E5 ist natürlich hier ein guter Verteidiger von F7 zum Beispiel. Ja, der B2 hängt ja auch mal, der Läufer steht hier stark. Und, ähm, das mit der Quale ist nicht ganz so dramatisch. Ja, dann kommt die Dame halt nach F8 und die Dame halt vielleicht Richtung H6. Und, äh, man hat genügend Akt oder einiges an Kompensation in Form von Aktivität. Ist zwar leicht besser für weiß laut Engine, aber ich glaube, das Gefühl muss der Weiße genauer spielen als der Schwarze. Trotz Materialvorteil. Ähm, dann dachte ich mir, ah, Moment, aber was passiert, wenn der hier zu F7 zu F6 spielt? Gegen Angriff, gegen meinen Springer. Ähm, ich bin nach B4 gegangen. Die Option, ich kann hier auf G4 dem Schlagen, er schlägt, jetzt habe ich einen Bauernmeer. Aber, ist dieser Bauer wirklich so viel wert? Denn ich habe so ein bisschen Angst, dass mein, mein König hier, wenn jetzt irgendwie eine Schwermfigur auf der H-Linie auftauchen würde. Ich habe nicht gesehen, wie es gehen wird und würde. Aber das sind natürlich so diese, diese Paranoia, die man automatisch sofort hat. Diese Bauernstruktur hier ist im Eimer vor dem König viel zu riskant. Und selbst wenn es innerhalb von 3 bis 5 Zügen nicht geht, auf einmal geht es vielleicht in 5, 10 Zügen. Und der König ist immer so unsicher und die Struktur im Eimer, nee, nee, lass mal. Deswegen habe ich mich für Springer B4 entschieden. Mit der Idee, den Springer nach C2 zu stellen, um den hier anzugreifen. Ja, und jetzt muss der Springer sich wieder entscheiden. Und in der Partie kam Springer E5. Und zunächst denkt man, Springer F6 ist ja klar, der kann ja nicht gehen wegen Läufer G5 Geschichten. Wegen Fesslungen hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, dann kommt die Dame gleich noch und so weiter. Aber, und jetzt, Freunde, habt ihr euch ja hoffentlich gemerkt, die Schwäche G3. Und schaut mal, mein König hier. Hm, das steht aber schon gefährlich in der Gabel. Deswegen würde hier mit Springer H5 auf einmal sogar schwarz ein Vorteil kommen, laut Engine. Ähm, puh, weil mein Läufer hängt ja auch noch. Äh, 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 äh. Ähm, hatte ich natürlich in der Partie auch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe es zumindest nicht konkret gerechnet. Ich habe es an einer Stelle, habe ich es mal gesehen. Da kommen wir gleich zu. Äh, kam Springer hier hin. Genau, wenn der, ah ne, das war die Stelle, ne? Ja, genau, das war die Stelle. Genau, hier war, ne, das war ein Feuer. Entschuldigung. Aha, das ist hier, wo C7-6 kam. Wenn jetzt der hier käme und Läufer G5 käme. Wo ich dachte, ich bin hier dreimal drauf. Auch dann geht Springer H5. Das hatte ich, an der Stelle habe ich den Zug sogar gesehen. Hab aber gedacht, dass ich mit Dame schlägt H5. Und dann Läufer D8. Und dann einfach Springer C7. Einen Bauern gewinne. Und, äh, naja, jetzt ist der hier schwach. Ich habe das Rückzugsfeld D5 für meinen Springer. Ja, ich kann, kann diese Konstellation kann ich mit König H2 relativ problemlos denken. Ähm, Problem ist natürlich, dass mein, mein D2 hier auch hängt. Und der Läufer, also immer wieder mit Tempo hier alles zurückziehen kann. Und danach kann er dann eben entsprechend auch seine Schwächen decken. Und, äh, die Stellung ist natürlich, naja, eigentlich nach einem Ausgleich. Einfach, so ist es einfach, ne. Bauern gleich. Er hat sogar das Läuferpaar. Stellung ist nicht ganz geschlossen. Von daher, gerade der schwarzfeldige Läufer ist schon, schon, ne. Und so Züge wie König H2 dann H4-Geschichten zulassen, ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, ne, da stehen wir dann da. Ja, und dann können wir hier so überlegen, ob wir hier schlagen. Und, und, ja, aber es tauscht sich natürlich sehr viel ab. Und als Mensch mag es für, für, für Weiß vorteilhaft erscheinen, weil man hier einen Freibauern irgendwie zum Spielen hat und so, ne. Äh, die Engine sagt, das ist gar nicht so viel klar. Besser für Weiß 0,4. Äh, naja, deswegen, da hätte ich mich mit beschäftigt, wenn, wenn es dann soweit gewesen wäre. So, deswegen. Aber es kam ja C6, Springer B4. Und jetzt kam tatsächlich der Springer nach E5. Und ich gehe nach C2 zurück, greife diesen Läufer an. Wenn der Läufer jetzt hier weggeht, jetzt habe ich tatsächlich D4, weil der Springer hier dieses Feld C6 jetzt nicht mehr hat. Und jetzt ist der Springer gefangen. Das geht schon mal gar nicht. Hm, aber diesen Läufer abgeben ist ja auch gefährlich. Naja, Schwarz hat sich dann für C5 entschlossen. Er gibt diesen Läufer ab. Und jetzt kann man auf den ersten Blick denken, boah, jetzt muss doch mein Läufer C1 hier irgendwie die Partie von alleine gewinnen. Ähm, Weiß steht hier leicht besser. Ja, ich habe auch Läufer H6 einen guten gemacht. Und jetzt habe ich mit Dame F2 tatsächlich wieder einen guten gemacht. Denn ich möchte den D4 jetzt hier heraus operieren. Erste Option ist, dass der Springer den natürlich nicht decken kann, weil er den F7 gedeckt halten muss. Dann wäre hier Matt im nächsten. Die zweite Option ist, dass die Dame den nicht decken kann, weil die Dame F6 gedeckt halten muss. Dann kommt Dame F6 und Dame G7 Matt. Und ja, dachte ich mir deswegen, der Bauer einfach weg. Und ja, ist er latent auch oder ist er wahrscheinlich auch. Aber Schwarz hat hier zumindest noch einen Zug, wo er sich wieder gut mit wehren kann. Nämlich den Zug Turm E6. Der kam nicht in der Partie. Was ist die Idee von dem Zug? Wenn ich jetzt hier auf D4 schlüge. Dann haben wir den Zug. G6 G5, Freunde. Guckt mal. Sperrt, sperrt den Rückzug von meinem Läufer ab und greift den einfach an und gewinnt den Läufer. Und dann ist die Stellung nicht gewonnen für weiß, sondern gewonnen für schwarz. Also dieser Läufer H6, dieses Einsperren dieser Figur, muss man immer wieder drauf aufpassen. Natürlich muss ich jetzt hier nicht auf D4 nehmen. Ich kann andere Sachen machen. Aber dieses Motiv mit diesem G5 liegt hier immer in der Luft. Deswegen muss ich hier wahrscheinlich jetzt H4 spielen. G5 verhindern. Es sieht natürlich so aus, als wenn das Feld G4 schwach ist. Und ist es natürlich im Grunde auch. Aber jetzt eben, schwach ist ein konkretes Spiel. Kann Schwarz den hier jetzt nicht nutzen, weil wieder F7 hängt. Und danach kann ich im Zweifelsfalle halt D4 schlagen. Oder Läufer G5 sich aus diesen Gabelzügen befreien. Vielleicht mal die Läufer H3 spielen oder so. Engine sagt jetzt okay, aber noch lange nicht entschieden, die Partie. In der Partie folgte Dame E7. Der war, ja, hält hier alles gedeckt natürlich. Aber gibt diesen Bauern tatsächlich ab. Alles klar. Jetzt habe ich einen Bauernmäher. Zum ersten Mal in der Partie stehe ich halt auch etwas besser jetzt. Oder auch objektiv. Läufer E6, okay. Damit ist D3. Ich möchte einfach den Vorstoß D3, D4 wieder vorbereiten. Weil wenn jetzt nichts kommt und ich spiele D4. Ich greife den Springer an. Und der kann hier schwer schlagen, weil ich D5 habe. Tempo hier. Und dann hängt der Springer. Und nebenbei drohe ich auch noch Matt. Deswegen kam aber auch Turm AC8 ja, um hier nochmal einen entsprechenden Druck drauf zu machen. So. Dann dachte ich mir, okay, dann spiele ich halt B3. Decke ich den und möchte wieder D4 spielen. Und jetzt kam F7, F6. Lockt so ein bisschen diese Diagonale und ermöglicht auch diesem Springer mal das Rückzugsfeld F7. Mit Tempo hier. Ja. Natürlich richtig. Aber der F6 natürlich jetzt hier auch deutlich schwächer als auf F7. Und ich habe mir gedacht, ich bereite jetzt hier einfach mal die Turmverdoppelung vor. Weil der Turm F1 hat ja auch noch nicht mitgespielt. Der F6 ist dann angegriffen. Schwarz hat ja hier auch mit Turm F8 hier keine Option. Im Augenblick zumindest nicht. Und deswegen, die Stellung sollte hier einfach schon sehr, sehr gut und sehr leicht zu spielen sein. Vor allem für Weiß. Ja. Und wenn ich einen zweiten Bauer dazu gewinne, dann sind die schwarzen Felder wahrscheinlich wirklich auf Dauer nicht mehr reparierbar. Es kam Sprenger F7 und der Läufer geht weg. Und jetzt habe ich einfach einen Doppelangriff gegen F6 und gegen A7. Ja. Der D5 ist ja auch noch schwach. Und Schwarz versuchte es hier mit dem Gegenspiel. Ich muss aber auch dabei sagen, Schwarz war hier in Zeitnot. Aber die Stellung ist auch einfach schon quasi hier in der Stellung wahrscheinlich hoffnungslos verloren. Rotläufer schlägt H3. Vielleicht mit der Dame hier rein und irgendwie im Dauerschach gefummelt und so. Natürlich, es gibt hier viele Wege. Man kann wahrscheinlich selbst auf F6 nehmen. Aber ich dachte mir, warum die Sache so kompliziert machen, der F6 ist wahrscheinlich sowieso weg. Ich halte meinen Laden mal zusammen. Und jetzt drohe ich ja hier immer noch auf den F6 und so weiter. Und Schwarz in seiner Verzweiflung auch in Zeitnot versuchte hier D5. Einfach mit der Idee, wenn ich jetzt zum Beispiel E mal D. Jetzt ist auf einmal hier so ein Gegenangriff. Und wir sehen, dieser ist hier gefesselt. Solche Aktionen mit Dame schlägt D5 und gegen hier. Auf einmal hängt der und der. Und dann spielt Schwarz wahrscheinlich wieder vollwertig mit. Aber ja, ich muss natürlich nicht auf D5 nehmen. Ich habe jetzt hier auf F6 genommen. Und es droht einfach Läufer D4. Und dann ist diese lange Diagonale hier tödlich. Das Feld G7 ist einfach unddeckbar. Weil wenn der Springer wegzieht, damit die Dame hier frei wird, dann ist eben das Feld H8 auch ungedeckt. Und hier gibt es auch nichts mehr gegen zu machen. Und dann überschritt Schwarz hier auch Zeit in verlorener Stellung. Puh. Also das war, obwohl es hinten raus so scheinbar so einfach und so schnell ging, in Anführungsstrichen. Die Öffnung ist mir auch nicht gut gelungen. Schwarz hätte hier gut mitspielen können. Und das ist auch immer das Geheimnis bei diesen englischen Strukturen. Oftmals sind ja die Züge, die nicht aufs Brett kommen. Und die Strukturen und die Varianten, die nicht aufs Brett kommen, viel spannender als das, was am Ende auf dem Brett kam. Alles klar. Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.